Und ich musste das Level neu starten, beziehungsweise ich musste die komplette Aufnahme neu starten, weil es einfach abgebrochen ist. Das dumme ist, ich weiß jetzt nicht, wohin ich gehen soll. Ich bin hier immer noch in diesem Level von Monument Valley Edas Dream, also Edas Traum. Und ich hänge immer noch fest in diesem Animal Level hier. Wo ich immer noch nicht weiter weiß. Ah, du heiliger Neora. Effekte ich doch? Ich habe das jetzt noch außersehnlich mal hingedrückt. Und habe es bekommen. Effekte ich doch mal. Also, ja, ich kann es noch mal mit rein. Das war jetzt nur ein Zufrag, wo ich jetzt drauf gedrückt habe. Was kommt dann? Ich komme halt einfach. Ähm, alles. Okay. So, jetzt habe ich das nächste Problem. Jetzt muss ich noch irgendwie hier weiterkommen. Ach, das stand schon. Leider. Jetzt muss ich noch hier hin. Und woher muss ich jetzt? Äh, ich glaube ich muss hier auf mein Tinn oder? Ja. Ah, ne, jetzt komme ich hierher. Und dann. LOL. Ich habe das Rätsellösung zufällig gefunden. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt gedrückt habe. Also, frag mich bloß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade hier. Ja, und die Aufnahme früher ist. Ja. Abgestürzt, weil ich habe wenig Speicher auf meinem Tablet noch gehabt. Und ja, aber jetzt sind wir wieder. So, die nächste Tier ist. Oh, noch die eine da. Also, das nächste Rätsel. Ähm, acht Augenhöchst. Dann. Drehen. Ich sag, wenn ich jetzt habe nichts gehört. Warte mal, bevor er sich halber. Okay, dann ist es auch nichts. Ich habe auch nur verletzt, falls ich etwas gehört habe. So, jetzt muss ich gerade gucken, jetzt kann ich zwar hier hoch, aber das nützt nichts, warte ich kann hier unten drehen, also ich denke ich brauche die, ja ich brauche die Seite, dann kann ich erst, warte, warte, hallo, so umdrehen, dann kann ich hier hoch, wenn ich das so umdrehen, dann kann ich das so umdrehen, dann kann ich das so umdrehen, so, dann, äh, ich komme hier jetzt ein bisschen hoch, muss ich gerade überlegen, hm, hm, warte, geh mal hier auf das Ding drauf, ich glaube, ich habe ne E, D, oder auch nicht, das muss so sein, ja, da kann ich das hier umdrehen, dann muss ich hier ganz hoch, immer so, und zu Teele, ach, okay, das war schön, okay, ach, guck mal da, wer da kommt, mein alter Freund und Helfer, ist der nicht gut, das heißt, das kann ich hier drauf, dann kann man dem hier dann im Prinzip und kann hier hoch gehen, und kann hier hoch, okay, was heißt das hier, auch ein von Rodericka, abschließen, und das war Idas Traum, oh, danke, dass du Idas Traum, Idas Dream gespielt hast, also Idas Traum gespielt, dieses Kapitel war ursprünglich für einen gemeinnützigen Zweck vorgesehen, wenn dir diese Reise gefallen hat, helfe einer gemeinnützigen Organisation in deiner Nähe, oh, also das finde ich mal cool, das finde ich mal so, sehr coole Idee, mit einem Ding, oder besser gesagt, mit Monument 1, ja, also ich hoffe mal, euch hat dieses kleine Projekt, da überlege ich mir noch, vielleicht mache ich das noch, vielleicht mache ich das noch, also, äh, Dings, Monument war eigentlich noch nicht sicher, komplett abgeschlossen, weil ich bei Forgotten Shorts da, äh, ja, da überlege ich mir noch, ob ich mir das kaufe, ja, vielleicht kaufe ich mir das auch noch, also, mache ich, dass ich mir Geld auf meinem Google Play Account auflade, und das dann so kaufe, äh, aber auch nur vielleicht, wie gesagt, das war's jetzt, für das erste, mit Monument Wallet am Scratch, oder vielleicht auch beziehungsweise morgen will ich jetzt, mit Monument Wallet 2 anfangen, schon mal, und, äh, ja, das ist ja nicht so, ich habe mir nicht und, äh, ja, das ist ja nicht so, ich bin mir noch ein paar Mal, und, äh, und hier gibt es noch Grunge Shorts, also, wie gesagt, in Monument war, ja, das bin ich mir nicht ganz, das bin ich ja fertig, ich bin mir noch ein bisschen überlegen, ob ich mir das kaufe, und, äh, was wird denn hier, frühestens, naja, irgendwann mal, so sehen, also, ich kann nicht versprechen, wann, weil ich, wie gesagt, ich will mir noch mal überlegen, wie gesagt, Story fertig, ähm, ach, hier ist das, wie das Drum auch abgehackt, das hier, äh, ich wollte eigentlich nicht ins Level reingehen, äh, wir sehen das Geld wieder, so, warte, okay, da bin ich wieder, also, wie gesagt, Story abgeschlossen, wie das Traum abgeschlossen, vor Garden Shores, steht noch an, äh, Fragezeichen zumindest mal, oder in Anführungszeichen, äh, ja, also, wie gesagt, was war's denn mit Monument Wally 1, ich wird, ich werde mich auch gleich noch an Monument Wally 2 setzen, und, äh, ja, dann würde ich sagen, äh, hoffentlich hat euch dieses kleine Projekt hier gefallen, also, ich verabschiede mich schon beim Voraus, und, äh, ja, dann würde ich sagen, hoffentlich, äh, übrigens, dann würde ich mal sagen, da, ähm, ja, übrigens, gibt's nichts mehr zu sagen, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, ich, euer Knight Merfer, ja, boah, ja, okay, ja, und, wie gesagt, äh, Video Ende, bis jetzt.